Ich bin Simon Litwan von Teil 3. Wir bieten hauptsächlich einen Service an zum 3D-Drucken. Das ist aber nur noch einmal zugemerkt. Von dieser Seite kommen wir. Zusätzlich bieten wir an die 3D-Drucker, die Abendsource-Hardware sind. Die haben wir selbst konstruiert und aufgebaut auf anderen Abendsource-Projekten. Wir bieten noch die im Kurs mit Leuten, die nicht selbstständig mit einem 3D-Drucker von einem Kit haben, zusammenbauen. Damit wir in der Ebay zum Beispiel einen Kurs anbieten, wo wir sich anmelden, den Kit kaufen und mit mir zusammensetzen. Euch als Lehrer können wir anbieten, dass wir für ein Projekt, wenn ihr ein 3D-Druck-Projekt in der Schule machen, dass wir euch einen Druck zur Verfügung stellen würden. Also für eine beschränkte Zeit, ein paar Monate oder so. Da könnte man dann mit dem Lehrer schauen, was er für das Projekt genau machen würde. Und wir würden dann auch Unterstützung bieten. Erstens den Lehrern instruieren, wie er die Maschine bedient. Und man würde auch, je nachdem, wenn es gefragt ist, auch mal vorbeikommen. Und dem Lehrer aus dem Dreck helfen, wenn wir das Problem haben. Ja, das ist eigentlich so wirklich eine kurze Präsentation, habe ich gedacht, weil die anderen relativ lange waren. Und das war schon gut. Vielen Dank!